Guten Abend miteinander. Heute möchten wir Ihnen einen besonders leistungsfähigen Staubsauger vorstellen, der Sie nur bei Coop zu einem wirklich erstaunlichen Preis bekommen. Der Schlittenstaubsauger Satrap Classic hat für Teppich eine drehbare Pedalodüse mit einer speziell grossen Auflagefläche. So einfach ist das Umschalt auf die Bürste für die harten Böden. Der Satrap Classic bietet Ihnen aber noch viel mehr. Hier die Fugendüse für schwer zugängliche Stellen. Polsterdüse, die man auch im Auto gut brauchen kann. Gerade bei so leichten Sachen ist es auch praktisch, dass man die Zugkraft so einfach reduzieren kann. Dank dem Rahmengitter werden die Vorhänge nicht in die Düsse hineingesogen. Hier hat die Langhaarbürste eine viel grössere Wirkung als zum Beispiel ein Staublumpe. Und hier ist die Kurzhaarbürste viel besser als eine Kleiderbürste. Ah, der Satrap Classic von Coop hat sogar eine Radiatorbürste. Mit dieser kommt man überall gut zu. Jetzt noch schnell schauen, ob es einen neuen Staubsack braucht. Abstellen. Und sechs Meter lange Kabel hineinziehen. Alles ohne Bucke. Der Satrap Classic ist zusammen mit zwei weiteren Modellen, nämlich dem Besenstaubsauger Satrap Aktiv und dem Schlittenstaubsauger Satrap Mistral in allen Coop-Center- und Coop-Warenhäusern erhältlich. Und zwar weitaus günstiger als vergleichbare Modelle und erst noch mit einem Jahr Garantie und einem erstklassigen Coop-Service. Schauen Sie auf die Plakate an der Schaufeister. So, auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen Ananas Mondial statt für drei nur für zwei Franken. Eine Dose Früchtecocktail Mondial kostet statt 2.20 Franken nur 1.60 und eine Dose Pfüssig statt 1.90 Franken nur 1.40. Eine Dose Gemüseplatte mit dem Gastronom kostet nur 2.20 Franken. Drei Servila Vakuumverpackt statt 2.10 Franken nur 1.65. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es die Galateigwaren besonders günstig. 500 Gramm Spaghetti statt 1.50 nur 1.10 und 500 Gramm Spätzli statt 1.60 nur 1.10. Und als aktueller Preisschlager ein Lederfussball, Rot-Weiss oder Schwarz-Weiss für nur 12 Franken und ein Plastikfussball für nur 3 Franken. Auf Wiedersehen!